Stab des Unheils, komm und zeig mir deine düstere Macht. Ihr niederen Rassen, die es wagen, die Menschheit zu beschmutzen. Ihr sollt zu etwas Neuem wiedergeboren und meine treuen Diener werden. Ab sofort gehorcht ihr nur noch meinen Befehlen! Böge! Stab der Carnage! Über die Reine! Geräusche, gehen wir! Achtung! Erstaunliche Arbeit. Priester, die Zeit ist jetzt gekommen. Sobald alles bereit ist, kannst du eingreifen. Zu Befehl. Ihr werdet mir noch mehr Nichtmenschen bringen. Sucht das ganze Land ab und fangt sie ein! Der Tag der Rache ist endlich da. Wir wollen keine Zeit verschwenden.